hallo meine lieben hier ist natascha mit einem neuen video für euch heute zeige ich euch wie ich meine palette angelegt habe beschriftet habe und ich habe zwei von den alkohol ink paletten gekauft also eigentlich ursprünglich sind die dafür gedacht dass man seine alkohol ink da drin tropft oder mischt anrührt ich habe mir gedacht ich ersetze meine alte palette das ist die die ich jetzt gerade ins bild halte die war also die benutze ich noch weiterhin bis die farben leer sind nur wie ihr seht mir ist da zum beispiel mal passiert die ist mir zweimal schon runtergefallen und ja irgendwie sind mir die flächen einfach auch zu klein die hier hat eine schöne größe ich habe gerade mit dem real so ein bisschen euch gezeigt wie die ausmessungen sind und ich habe zwei weil die distress inks inzwischen irgendwas mit 60 farben glaube ich zählen ich habe so ziemlich alle hier mir fehlen einige nur handvoll ungefähr aber ich habe auch für die die mir fehlen schon bereits quasi auch die flächen angelegt damit ich dann nicht mehr von vorne starten muss habe mich da an der distress linie orientiert das ist ja meine liste die habe ich online heruntergeladen und meine stempel kissen meine mini ist meine großen und natürlich auch die reinka drinnen notiert damit ich wenn ich was kaufe nichts doppelt habe und kann auch dann halt direkt auch sehen was mir fehlt ich habe hier zwei stands herausgeholt einer mit einem zoll größe und einer der etwas größer ist und habe dann ausgemessen dass diese kleinen flächen wo die farben rein kommen auch ungefähr ein zoll groß sind und das habe ich dann halt ausgetestet ob das so hinhaut es ist nicht die perfekteste lösung man hätte zum beispiel auch zwei stands schablonen dafür verwenden können hier habe ich ganz viele aquarellpapierreste das ist sozusagen mein lieblings aquarellpapier von der stecker die nummer drei das benutze ich am liebsten und davon hebe ich wirklich jedes visselchen auf und ja für solche projekte ist das natürlich auch super ich habe erst mit dem kleineren kreis rein gestanzt und habe mit dem größeren quasi dann ein rahmen drumherum ausgestanzt und dieser rahmen bildet dann quasi meine beschriftung da das nicht ganz hinhaut habe ich das eingeschnitten und einfach um die flächen drumherum gelegt der ring ist wirklich schmal also ihr habt auch nicht viel fläche zwischen den ringen und mit etwas nachhilfe vor allem die kanten bereiche funktioniert das es geht drumherum das heißt ihr habt eine fläche die ihr beschriften könnt die ihr auch mit der farbe anmalen könnt damit ihr auch wirklich seht welche farbe jetzt in diesem fächerchen ist weil gerade bei den dunklen töne kannst du kann man es überhaupt nicht mehr unterscheiden die wir sehen einfach nur schwarz aus mit einem schwarzen fine liner habe ich dann den namen des stempel ringers mir notiert und ich zeige euch auch nicht komplett die ganze palette das hat das ist jetzt zum beispiel echtzeit ich hätte natürlich das video beschleunigen können aber ich zeige euch dann zum schluss wie das dann fertig aussieht ich fand es einfach nur wichtig um euch zu erklären was ich mir dabei gedacht habe wie das entstanden ist und wie gesagt ich habe mich da an meiner liste orientiert die ist ja schon so ein bisschen farblich sortiert ein bisschen in regenbogen farben würde ich sagen man könnte natürlich auch von gelb anfangen vom hellsten ton und dann bis schwarz aber da die liste ja schon sage ich mal so vorgegeben ist und ich die auch schon so führe habe ich das einfach übernommen weil es für mich dann einfacher ist habe mir die palette umgedreht dass ich dann die schlaufe unten habe und habe dann oben links angefangen der liste folgend dann die farben anzuordnen aquarellpapier ist ziemlich nachgiebig und ich habe mir gedacht sollte mir wieder einmal passieren und in die zwei farben aneinander laufen und außenrum dreckig sein kann ich das auch entfernen und mit wenigen handgriffen einen neuen ring stanzen und das beschriften mit handstand zahlen geht es halt meiner meinung nach wesentlich schneller aber die alternative wäre natürlich mit zwei passenden kreis stand schablonen das ganze auch zu machen naja man man benutzt halt was man da hat und das ist jetzt die passende farbe es hat ein bisschen gedauert weil bei mir auch die ringer bis dato nicht sortiert waren und einfach ein kleines täubchen das ist sehr ergiebig man kommt wirklich sehr lange damit aus das ist ja auch etwas was mich so am anfang frustriert hat ich habe das mit acryl blöcken erst mal versucht ich habe die farbe die ich brauchte einfach auf den acryl block getoppt getupft aber selbst mit einem ganz kleinen tropfen habt ihr meistens viel zu viel ihr seht ich habe das nur einmal den pinsel den wassertank pinsel da rein getaucht und fährt mir so ein stückchen von von dem aquarellpapier mit dem pinsel auf das ganze noch ein bisschen auswischen mit wasser quasi strecken die farbe und ja dann könnt ihr halt direkt sehen welche farbe nicht nur den namen sondern auch wie die farbe auf dem aquarellpapier wirkt was wie gesagt mein haupt medium ist oder das womit ich am meisten arbeite und da sind wir so sieht das dann komplett fertig aus ich finde es ist ein schönes farbenspiel und das macht auch schon wirklich laune wenn ich die einfach nur raus hole und ich kann mit allen farben die mir zur verfügung stehen auch spielen und das war vorher halt nicht der fall weil ich mich selbst auch irgendwo eingeschränkt habe ich wollte die palette leer haben und das ist gar nicht so einfach weil man halt nicht immer in den selben farbtönen arbeitet oder arbeiten möchte ihr werdet jetzt demnächst bei den kolorations videos diese paletten halt öfters zu gesicht bekommen ich hoffe ihr könnt mit diesem video was anfangen habt was dazu gelernt und ich würde sagen wir sehen uns im nächsten video bis dann tschüss